Herzlich Willkommen zu Uni Wien Broadcast. Uni leben. Und da waren wir dabei, haben uns mal angeguckt und jetzt schauen wir da mal rein. Tatsächlich haben wir zwei Nachmittage eingeplant für Leute, die mit ihren Hunden zu uns kommen. Mein Name ist Marlene Gerber und ich arbeite schon seit zwei Jahren hier als Guy. Dazu möchte ich Ihnen sehr, sehr, sehr herzlich gratulieren. Untertitelung. BR 2018